Ja, guten Tag, herzlich willkommen zu der zweiten Prognose. Und heute mal wieder mit dem Nick. Ja, hallo. Und heute ist das Spiel Atletico Madrid gegen Chelsea dran, das zweite Halbfinale. Heute Abend wird es ja gespielt. Ähm, ja. Hinspiel ging 0 zu 0 aus. Ähm, Chelsea ist jetzt ziemlich gemauert, hat es auch ziemlich viele Ausfälle, aber dazu kann euch nicht bei der Aufstellung später mehr sagen. Ja. Und wo sind jetzt die Aufstellungen? Aber das macht ja ewig. Ach, ich drück einfach mal weiter, drück einfach mal. Komm. Oh, jetzt. Ja, okay, gut. So, ich spiele mit Atletico Madrid. Kurz vorhin im Tor. Ähm, ich habe einen sehr guten Storm mit Villa, Koke und Costa. Koke. Ich habe so eine Formation 4-3-3, ist sie. Diego auch im Zentraloffensiven und Turan im ZM. Mal schauen, wie der sich da macht. Ja, und ich habe leider kein Tschech im Tor, sondern diesen schwarzer, habe ich auch nie mitgespielt. Ja, und Lampard und Terry sind ausgefallen. Für Terry ist David Dewey und für, ja, Lampard. Keine Ahnung, wie der heißt, STN oder wie der heißt, keine Ahnung. Ja. So, boll, jetzt beginnt. Ich schneide es wieder zusammen, ne? Der Oskar. Oh, oh. Na, pass auf. STN. Ah, ich habe mich verdrückt. Shit, Torwart rauskommt. Ah, scheiße. Ich habe mich eigentlich auch verdrückt. Ich wollte lupfen, aber egal. Also, ich meine, schießen können. Oder nicht mehr kriegen. Können ihn doch so schön aus der Luft reinmachen. Der ist gut. Koke. Komm, bitte. Alter, schwarz. Der schwarze Reimer so schlecht heute. Na, er ist der Ball gehalten. Jeweils. Komm, Koke. Mit den Ecken. Oh, der ist gut, Kondiii. 1, 2, 1, 33. Minute. Und ich wende durch die Pfosten. Na, ach doch. Nein. Doch. Die 1, 1 zur Pause. Ja, 1, 1 ist, 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 ja. Jetzt wäre Chelsea, glaube ich. Ja, Chelsea wäre jetzt im Finale. Ja. Ja, komm, wir hier. Kommt der durch. Verarscht ich ein bisschen wie JAAAAAAA. Alter, schwarzer Elf. Chelsea im Spiel. Der Tschech hätte schon längst durchgelassen. Ne? Mach ich mal kurz. Jego, komm. Hast du Zeit für eine gute Flanke? Der ist gut. Der ist gut. Zweimal. Jetzt schon wieder Dogo, die Wiedergo, die Doppelpack, den Verteidiger. Hey, du hast zuerst Dogo, die gesagt. Was? Was zuerst Dogo, die gesagt. Der war nicht wahrscheinlich, wenn Jego die Flagge, äh, hierb keine Ahnung, was man gehört, was gerade gemacht hat. Schwarzer Dribbelt erstmal seinen Sturm aus. Der abseits, der hat Jego. Jego Kuster. Jego Kuster. Jego Kuster. Geil, 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 geil. Einerrichtung, die gibt es aber auch hier. Aber das war das, die sie nicht zum Ball ist. Jego Kuster. Das war das, die sie nicht zum Ball ist. Ja, wenn man in der Bezug kommt, sagt man, dass es ein Kinderspiel. Mal wieder, wie das hier durch geht. Touran. Touran. Thew! Da ist es. Schön gemacht. 94. Spielminute. Ja, halt. So schnell geht's. Nee, das macht. Gnadellos ist der. er sollte weiter nach rechts gehen nicht nach kein Abschluss 2 6 4 2 ich glaube es ändert nicht viel haben entstanden wird es nicht noch irgendwie zweiterin keine Ahnung wie viele Sekunden schießt und das gehe ich nicht länger durch nachdem und auch hier das schafft und das war's nein doch nicht das war's das ist wunderbar das ist Kostak das ist Kostak Traumtor naja Traumtor kann man nicht sagen dass natürlich ich ich kann mir die Bekostadio sprechen die Bekostadio 90 Minuten richtig schön gemacht es ist aus es ist aus es ist aus 5 zu 2 die die Europäer tritt steht mit das war es nicht alle Bayern er laut unserer Prognose ja das war's für heute also ich hoffe euch hat diese Prognose gefallen hoffe ich auch ja dann lasst mal da und rum da und rum legt natürlich wieder in der Beschreibung ja das ist ganz wichtig abonniert ihn es lohnt sich sorry was würdest du sagen lohnt sich es lohnt sich es dich zu abonnieren keine Ahnung naja für manche Videos die ersten 3 Videos die ich gemacht habe waren scheiße danach ging's ja also dann wurde es ein bisschen besser und dann am Ende habe ich so paar Videos gemacht jetzt also 3 Stück mit richtig so Bildschirm vom Computer aufgenommen ja 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 was verabschieden wir uns auch einfach oder ja dann verabschieden wir uns ja servus macht's gut servus ciao ciao a